Hey Leute was geht ab Leute, T-Mobile hier. Heute mit einem Clash of Rebellions Opening. Das neue Display haben wir gesponsert bekommen von unserem Kollegen HALER89HASUR. Link wie immer unten in der Beschreibung und er hat sich noch etwas besonderes ausgedacht und zwar einen Tag lang also heute beziehungsweise morgen kommt drauf an wann ich es hochstelle. Aber steht noch mal unten in der Beschreibung. Verkauft er seine Hüllen, Yu-Gi-Oh! Hüllen schwarze Yu-Gi-Oh! Ultra Pro für 1,99€. Perfekt um alle Karten die er bei ihm kauft zu schützen. Sehr guter Preis, ja. Auf jeden Fall die kann man immer gebrochen. Man hat nie genug Hüllen. Die werden es auch. Hallo Kaufe. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alle Einzelkarten auch unten. Also auch in seinem Shop und dann Link ist unten. Und die zwei werden es jetzt mal aufmachen. Nochmal danke an ihn. Danke. Danke dir. Danke. 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 Ich sage, ich ziehe besser als er. Nein, ich glaube ich ziehe besser als er. Dann sind wir mal gespannt. 24... Ja, 12 Mal. 12. Hölle gibts. Genau. Bereit. Ich bin bereit. Der Verlierer verliert demnächst nur ein Eis. Ich hätte 5 Kugeln können. Eine Kugel eigentlich. Oh mein Gott, er glaubt, er verliert. 5. Nein, ich will nur nicht so ein Kugeln geben. Oh mein Gott. Okay, mein erstes Booster endschlecht. Ich hab nur eine Rare gezogen. Leute, ich hab schon gewonnen. 1-0 für Joe. Ich blende das unten irgendwo ein. Aber ich hab noch was anderes gezogen. Ja. Eine Shortprint. Oder ist die Shortprint? Hey, er ist noch nicht so weit, was machst du? Was ich machen? Hallo, ich will noch was sagen. Wo er ist die Booster? Ach so, okay. Ich dachte du bist schon beim zweiten. Die Shortprint, oder? Ja. Okay, zweites Booster? Zweites Booster. Okay, ich muss jetzt vielleicht echt noch ein Eis spazieren. Und die nächste Super Rare. Oh mein Gott. Ich hab leider nur eine Rare gezogen. 2-0 für Joe. Und noch eine Rare. Ich hab eine sehr gute Rare gezogen. Ich hab eine sehr gute Rare gezogen. Ich hab eine sehr gute Urteil gezogen. Okay. 2-1. Und jetzt. Ich mach eine Rare. 3-1. Und 2-1. 4-1. 4-1. Warte. 4-1. Okay. 4-1. Okay. Hm. Ich hab eine Rare gezogen. Gäber. Eine Super Rare. Aber. Ich weiß nicht, ob es auch gezählt wird. Ich hab Hammer umgezogen. Also Chicken Gain. Ist auch eine Shortprint. Ich hab noch die Cosmos schon gezogen. Okay, damit hat der gewonnen. Sonst wär's vielleicht knapp gewesen. Okay, das steht 3-1, oder? Ja. 5-0 für Booster. Gotti, ich bin ja. Das ist ohne Eis. Ich kenne das zu bösen. Natürlich. Ich bin gut. Ah ja. Ich hab auch nur eine Rare gezogen. Warte. Also steht's immer auf 3-1, oder? Ich weiß nicht. Die Cosmos ist schon besser als den Kaiju. Nein. Es geht um die Rarität, oder? Der Kaiju ist viel besser. Es geht um die Rarität und die Spielbarkeit der Karten. Wir haben die Regel noch nicht so. Ich sag doch gar nicht, steht noch 3-1. Er sagt, nee, die ist besser. Die ist besser. Die ist besser. Die ist besser. Okay, machen wir einen Draw. Ja, genau. Das soll er schon. Mein Gott. Ne, ich bekomm mal Eis. Sechste Booster. Du bist 3-1 in Führung. Natürlich bin ich 3-1 in Führung. Sechste Booster. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Was hast du gezogen? Leider nichts gezogen. Eine Rare. Und natürlich... Jasmine. Secret. 3-2. Erholt doch. Ja, aber entschuldige mal. Das waren ja nur Super-Rares noch bis jetzt. Das ist schwer. Ja, warte. Das waren wir da zu Schluss, Alter. Siebte Booster. Oder nicht? Ja. Ich habe eine höhere Realität als du, Mann. Das ist egal, Mann. Wieso? Immer nur 1-1, Mann. Aber der alte meine muss auch noch sehen. Eine Rare. Aha. Eine Super-Rare. Oh mein Gott. 3-3. 3-3. Ja, ich bin aufgeholt. Oh, noch eine Wert. Ich glaube, die Sonne schrieb. Ist die... Ist die... Ist die auch schrauben? Ist die auch schrauben? Nein. Äh... Äh... Ja. Ach, das muss auch. So, es ist 3-3. Was hast du gezogen? Bei einem Draw am Ende. Dann zählt der Wert. Was ist das? Ja. Ja, ich auch. Es gibt, glaube ich, nur noch Harassmann. 2 Hundes muss noch kommen. Eine Hundes muss sich noch ziehen. Eine Hundes muss sich noch ziehen. Du kennst mich schon. Äh, das ist das leute Muster. Schaut uns unsere Fans an. Ich bin doch gar nicht Fan. Oh yeah! Was ist das? Eine Super-Rare. Wie viel steht's? 4-3. Wie viel steht's? Wie viel steht's? 4-3. Wie viel steht's? 4-3. 4-3. 4-3. Oh yeah! Oh my god! Ich leide! Natürlich eine Rare. Dazu gesetzt sich eine Super-Rare. Das ist mal nebenverdient. Ja, das war alles in Dosen gesehen. Oh, letztes Booster? Wie war's? Du ziehst nur Super-Rares, man. Meine sind echt besser. 4-4. 4-4. 4-4. Nein! Was hast du? Eine Rare. Eine Rare, oder? Nein! Doch, doch! Auch eine Rare? Nein! Wie wäre es der Booster-Seite? Das Booster! Wenn ihr nehmt, wer hier nix ist, verlebt die Wette! Hä, was ist denn die Wette? Nice! Wie kommt's? 5 Google haben wir gesagt, oder? Nein! 4-4. Ja! 4-4. 1-4. 1-4. 1-4. Wir haben die Wette gewonnen! Die letzte Super-Rare! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zeig doch mal alle Karten! Timmier! 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 Ich gönnte ja ein Eis, man! Alle Karten könnt ihr natürlich bei unserem Sponsor finden, bei seinem TCG-Shop. Schaut mal vorbei! Aber von Wette meint ihr viel besser als deine Mann! Nein, Mann! Sehr ehrlich! Nein! Was? Die Fattati sind schon besser! Hallo! Ich schicke Kultrauber! Ja! 20! Du bist superrein Koffi! Filme mich! Das Eis wird echt gut schmecken! Das Eis wird echt gut schmecken! Was? So? Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.